Wer bist du? Hi, ich bin Ferdi. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei Personio. Was macht ihr? Wir digitalisieren Personalabteilungen im Klein- und Mittelstand, verschlankern deren Personalprozesse. Was ist deine Aufgabe dabei? Ich bin der Produktexperte. Das heißt, ich bin im Vertrieb tätig für die ersten ein, zwei Gespräche und mache die Interessenten zu Kunden. Jetzt eine andere Frage. Mit welchem Einlaufsong würde deine Firma zu ihrem Boxkampf einlaufen? Wow, vielleicht willkommen in der Jungle. Wie seid ihr auf der Urban Sports League? Ich glaube, ihr habt uns angeschrieben. Wir wollten letztes Jahr schon mitmachen, da waren wir noch nicht so tatkräftig beieinander, aber jetzt sind wir es und wollen richtig angreifen. Wer spielt in eurem Team alles mit? Stelle deinen Mitspieler kurz vor. Ja, wenn wir mal hier schauen, da haben wir einmal unseren Discopunkber, das ist der Janik mit der Nummer 8, dann den André, Ming, Yunus, Philipp, der wo ein sensationelles Tor gemacht hat, Michael Kunze und auch ganz, ganz viele, wir sind so schnell wachsend, da geht einiges. Wer ist der Spieler, auf den die Gegner besonders aufpassen sollten? Ja, zum einen Philipp Binder, der wohl natürlich letzte Woche ein unglaubliches Tor gemacht hat. Nummer 11, nehmt euch in Acht von ihm. Was ist das Ziel in der Liga? Wir wollen dieses Jahr, glaube ich, vor allem Spaß haben. Also natürlich sind wir sehr ehrgeizig verbissen, aber wir wollen Spaß haben. Gerade eben die dritte Halbzeit mit einem Bierchen, ist das Besondere hier. Dann wünsche ich euch viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. Danke dir.